Seit der Außer-Dienststellung der Systeme Gepard und Roland ist die Bundeswehr nicht mehr in der Lage, Truppen beim Marsch und im Gefecht wirksam vor Bedrohungen aus der Luft zu schützen. Der Ukraine-Krieg zeigt jedoch, wie wichtig genau diese Fähigkeit ist. Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es also, um diese Fähigkeitslücke zu schließen? Eine möchte ich euch heute vorstellen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über die Denkschrift Abwehr von Bedrohungen aus der Luft im Nah- und Nächstbereich im Operationsraum der Landstreitkräfte der Interessensgemeinschaft NNBS her gegen Bedrohungen aus der Luft, einem Zusammenschluss aus fachkundigen, aktiven und ehemaligen Soldaten. Diese wurde verfasst mit dem Ziel, den Entscheidungsträgern in den Streitkräften und der Politik eine Lösungsmöglichkeit aufzuzeigen, wie die eben genannte Fähigkeitslücke geschlossen werden kann. Wenn euch Sicherheitspolitik interessiert, abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr zukünftig keines meiner Videos mehr verpasst. Legen wir los. Bevor wir zum eigentlichen Konzept kommen, ein kurzer Blick auf die aktuell bestehenden und zukünftig zu erwartenden Bedrohungen aus der Luft. Bemannte Flugzeuge und Hubschrauber, welche sich im Tiefflug bewegen und ihre Waffenwirkung entfalten können, stellen nach wie vor eine erhebliche Bedrohung für die eigenen Bodentruppen dar. Etwas neuer, dafür aber mindestens genauso gefährlich sind bewaffnete Drohnen unterschiedlicher Größe. Insbesondere Loitering Munitions, umgangssprachlich oft Kamikaze-Drohnen genannt, haben sich als äußerst effektiv im Ukraine-Krieg bewährt. Das Schreckgespenst der Zukunft sind autonome Drohnenschwärme, welche in der Lage sind, selbstständig und koordiniert Ziele zu bekämpfen. Ein Konzept, was bisher noch nicht im Einsatz beobachtet wurde, jedoch einige Staaten dran arbeiten. Auch die Bedrohung durch RAM, das steht für Raketen, Artillerie und Mörser, ist unverändert hoch und nimmt aufgrund der zunehmenden Reichweite und Präzision dieser Systeme sogar noch weiter zu. Ebenso bleiben die Bedrohungsszenarien im asymmetrischen Raum. Alle Bedrohungsarten stellen alleine oder in Kombination ein erhebliches Bedrohungspotenzial für Landstreitkräfte dar. Und sind in der Lage, eigenen Kräften hohe Verluste zuzufügen oder die Operationsführung nachhaltig zu stören oder zu lähmen, sodass die Siegfähigkeit und der Erfolg der Operation gefährdet sind. Allerdings muss auch verstanden werden, dass es keinen vollumfänglichen Schutz vor Bedrohungen aus der Luft geben wird. Insbesondere gegnerische Raketen, Artillerie und Mörser können bei hoher Gefechtsintensität zur Übersättigung der eigenen Flugabwehrkräfte führen. Womit wir zum Aufgabenspektrum der Flugabwehrkräfte des Nah- und Nächsbereichs kommen. Dieser umfasst drei Fähigkeitsfelder. Erstens Koordination der Luftraumnutzung auf Divisions- und Brigadenebene sowie im Aufklärungs- und Wirkbereich der Flugabwehrkräfte des Nah- und Nächsbereichs. Zweitens Überwachung des Luftraums im Bereich der zu schützenden Großverbände. Dieses Fähigkeitsfeld umfasst einen Beitrag zum Luftlagebild, die Überwachung von Flugbewegungen, die Warnung vor Bedrohungen aus der Luft und die Bereitstellung von Zielinformationen. Drittens Abwehr von Bedrohungen aus der Luft im Nah- und Nächsbereich im Operationsraum der zu schützenden Großverbände. Sprich der Schutz von Kräften, Objekten und Räumen. Aus diesem Aufgabenspektrum und der vorangegangenen Bedrohungsanalyse leitet sich das Fähigkeitsprofil der Flugabwehrkräfte des Nah- und Nächsbereichs ab. Führungssysteme, Kommunikationssysteme, Aufklärungsmittel und das Führungs- und Waffeneinsatzsystem müssen ein höchstmögliches Maß an Interoperabilität aufweisen. Auch die Modularität der Führungs-, Aufklärungs- und Wirkmittel muss gegeben sein. Die Aufklärungsmittel müssen unter allen Wetterbedingungen zur echtzeitnahen Luftlagebilderstellung und zur Aufklärung im Tiefstflugbereich befähigt sein. Der Wirkmittelverbund muss eine Distanzfähigkeit von mindestens 10 Kilometern, eine N-Loss-Fähigkeit und eine C-RAM-Fähigkeit mitbringen, sowie kurze Reaktionszeiten und hohe Präzision bieten. Alle Systeme müssen gegen elektronische Gegenmaßnahmen resilient sein und eine hohe Mobilität sowie Lufttransportfähigkeit bieten. Bei der Ausgestaltung des Kräfte-, Mittel- und Strukturensatzes wird eine Rückbesinnung auf die bewährten Fähigkeiten und Strukturen der ehemaligen Heeresflugabwehrtruppe empfohlen. Als Kräfteansatz wird je ein Flugabwehrbataillon für jede schwere und mittlere Brigade des deutschen Heeres empfohlen. Insgesamt also sechs Flugabwehrbataillone. Jedes Flugabwehrbataillon soll in der Zielstruktur über einen Stab, eine Führungsunterstützungsbatterie, eine Aufklärungsbatterie und vier Kampfbatterien verfügen. Die Aufklärungsbatterien sollen aus jeweils zwei Mittelbereichssensoren und zwei Auswertefeuerleit- und Schnittstellentrupps bestehen. Die Kampfbatterien sollen über jeweils sechs Flugabwehrgruppen verfügen, dazu gleich mehr. Mit Blick auf Ausbildung, Einsatz und Kampfführung wird eine Zusammenfassung dieser Flugabwehrbataillone in einem Flugabwehrregiment empfohlen. Bei zwei Divisionen mit schweren und mittleren Brigaden macht das Zwei-Flugabwehr-Regimenter mit jeweils drei Flugabwehrbataillonen. Die Flugabwehrregimenter sollen den beiden Divisionen als Divisionstruppen angegliedert werden. Abgesehen von den jeweils drei Flugabwehrbataillonen soll jedes Regiment in der Zielstruktur noch über einen Stab, eine Führungsunterstützungsbatterie, eine leichte Flugabwehraufklärungsbatterie und eine leichte Flugabwehrraketenbatterie verfügen. Die leichten Flugabwehraufklärungsbatterien sollen jeweils aus vier Nahbereichssensoren und vier leichten Auswertefeuerleit- und Schnittstellentrupps bestehen. Die beiden leichten Flugabwehrraketenbatterien sollen aus drei Auswertefeuerleit- und Schnittstellentrupps, drei Aufklärungs-, Führungs- und Feuerleitfahrzeugen, sechs Waffenträger-Ocelot oder einem Nachfolgesystem und einem falschem Sprungzug bewaffnet mit Manpads bestehen. Die beiden leichten Flugabwehraufklärungsbatterien und die leichten Flugabwehrraketenbatterien sollen als selbstständige Einheiten, beispielsweise als schnelle Eingreiftruppe, fungieren oder bei Bedarf der leichten Division zum Schutz der Gebirgsjäger- und Luftlandebrigade unterstellt werden können. Folglich sollen diese Einheiten so ausgerüstet sein, dass sie zum Beispiel mit dem schweren Transporthubschrauber der Bundeswehr transportiert werden können. So aufgestellt, wie gerade geschildert, würde jedes der beiden Flugabwehrregimenter 3146 Dienstposten umfassen. Zuzüglich des Personals für Ausbildung und Weiterentwicklung läge der geschätzte Gesamtdienstpostenumfang bei etwa 6500. Auf die Führungsstrukturen der Flugabwehrkräfte des Nah- und Nächstbereichs werde ich aus zeitlichen Gründen hier nicht eingehen. Werde euch das interessiert, müsst ihr euch die Denkschriften selber durchlesen, was ich sowieso nur jedem empfehlen kann. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Für die Flugabwehrkräfte des Nah- und Nächstbereichs sind Kanonensysteme unverzichtbar. Hier wird die Beschaffung eines hochmobilen Flugabwehrkampfwagen mit einer Mischbewaffnung bestehend aus einer Kanone und Nahbereichs Lenkflugkörpern empfohlen. Die Kanone soll über mindestens Kaliber 30 mm und die Fähigkeit zum Verschuss von Airburst-Munition verfügen. Die Nahbereichs Lenkflugkörper sollen eine maximale Kampfentfernung von 7000 m und eine Höhenabdeckung von 4000 m bieten. Das ganze System soll allwetterfähig, nachtkampffähig und gegen alle bekannten Arten von elektronischen und thermischen Störmaßnahmen resilient sein. Ein System, welches diesen Anforderungen sehr nahe kommt, ist der Skyranger 30 von Rheinmetall. Dieser könnte wohl bereits in zweieinhalb bis drei Jahren zur Verfügung stehen, weshalb dieses System von den Verfassern auch favorisiert wird. Zu diesem System kommt in Kürze auch noch ein separates Video auf meinem Kanal. Der Nahbereichs Lenkflugkörper soll jedoch nicht nur auf den zukünftigen Flugabwehrkampfwagen eingesetzt werden, sondern auch als Nachfolgebewaffnung für die Waffenträger Ocelot und ManPad-Teams dienen. Hier wird empfohlen, das bereits marktverfügbare ManPad Mistral 3 einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Darüber hinaus wird empfohlen, die Flugabwehrkräfte des Nah- und Niestbereichs mit einem netzwerkfähigen Lenkflugkörpersystem mittlerer Reichweite auszustatten. Dieses soll über eine maximale Kampfentfernung von 15 Kilometern und eine Höhenabdeckung von ca. 6 Kilometern verfügen. Und mit allen im Sensor datenverbunden vernetzten Flugabwehrkampfwagen und auswerte Feuerleit- und Schnittstellen-Trupps vernetzt sein, damit die Waffenträger des Lenkflugkörpersystems mittlerer Reichweite über keine eigenen Sensoren verfügen müssen. Aus heutiger Sicht war die Außer-Dienststellung der Heeresflugabwehr-Truppe ein großer Fehler. Und auch den Ansatz Flugabwehr aus einer Hand muss man nach über 10 Jahren als gescheitert ansehen, da dieser zu erheblichen Fähigkeitsdefiziten geführt hat und folglich als nicht zukunftsfähig zu bewerten ist. Zum Schutz von Bodentruppen gegen Bedrohungen aus der Luft bedarf es einer im Heer verankerten Flugabwehrfähigkeit im Nah- und Niestbereich. Empfohlen wird daher die Aufstellung einer Flugabwehrartillerie innerhalb der Artillerietruppe, welche zum Schutz von Kräften gegen Bedrohungen aus der Luft im Nah- und Niestbereich befähigt sein soll. Diese soll den gleichzeitigen Schutz aller deutschen Divisionen ermöglichen. Aus ökonomischen Gründen wird allerdings von einer Neuaufstellung der Heeresflugabwehr-Truppe abgeraten. Ab dem Zeitpunkt der Entscheidung für den Aufbau einer Flugabwehrartillerie bedarf es wohl einer Aufwuchszeit von mindestens 10 Jahren, um die eben vorgestellte Zielstruktur zu erreichen. Folglich empfiehlt es sich, zeitnah Möglichkeiten für die Personalgewinnung zu prüfen und mit einer Marktsichtung zu beginnen. Und sollte von der aktuellen Personal-Obergrenze von 203.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten nicht endlich abgerückt werden, wird unter anderem auch die hier vorgeschlagene Flugabwehrfähigkeit im Nah- und Niestbereich nicht aufbaubar sein. Diese Personal-Obergrenze entbehrt sowieso jeglichem Rational und wird der aktuellen sicherheitspolitischen Lage nicht mehr gerecht. Es gibt noch viele weitere interessante Vorschläge in der Denkschrift Abwehr von Bedrohungen aus der Luft im Nah- und Niestbereich im Operationsraum der Landstreitkräfte. Wie zum Beispiel die vorgeschlagene Verdopplung von Flugabwehrkräften, der Luftwaffe, zur zukünftigen Verwendung des Vorhabens qualifizierte Fliegerabwehr oder die Aufstellung von Mörserbatterien in den Panzer- und Panzergrenadierbataillon. Da es den Rahmen dieses Videos jedoch leider sprengen würde, kann ich die Vorschläge hier heute leider nicht behandeln. Und kann es daher nur jedem empfehlen, sich die Denkschrift mal selber durchzulesen. Die Links zur Denkschrift als auch zur Gemeinschaft der Heeresflugabwehrtruppe findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr zukünftig keines meiner Videos mehr verpasst. An dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an Oberstleutnant AD, der Heeresflugabwehrtruppe Hans Schommer, der mich bei der Erstellung dieses Videos tatkräftig unterstützt hat. Und natürlich auch an Moritz, der dieses Video sicherlich wieder wunderbar zusammenschneiden wird. Sowie an euch fürs Zuhören und damit hoffentlich bis zum nächsten Video.